Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen bemerkenswerten Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Maischberger in einem Streitgespräch mit Gerhard Baum, einem Alt-FDPler. Und außerdem geht es darum, was man Besonderes beobachten kann. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Die Russen haben deutlich gemacht, das kann man legitim finden oder nicht, darüber will ich gar nicht diskutieren, aber sie haben immer deutlich gemacht, dass sie nicht akzeptieren werden, dass die Ukraine ein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird. Und dass sie das im Notfall militärisch verhindern würden, das habe ich auch damals immer wieder thematisiert. Deswegen war ich ja immer dafür, dass man da Kompromisse macht. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dieser Krieg wäre verhinderbar gewesen, wäre vermeidbar gewesen, das sagen viele internationale Experten. Aber jetzt tobt dieser Krieg seit einem Jahr. Und ich finde, jetzt ist es müßig zu sagen, was wäre damals gewesen, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, was können wir heute tun, um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Und das sind nicht Kampfpanzerlieferungen, das sind nicht Kampfjets, sondern das wäre eine diplomatische Initiative, weil alle führenden Militärs, und ich finde, das wird in der deutschen Debatte viel zu wenig zur Kenntnis genommen, der oberste General der USA und viele andere sagen, keine Seite kann diesen Krieg militärisch gewinnen. Er wird am Ende am Verhandlungstisch beendet werden müssen. Und dann frage ich mich, ja, warum dann nicht heute? Warum dann übermorgen oder in drei Jahren jeden Tag sterben Menschen? Die Eskalationsgefahr, die auch uns betrifft, ist riesengroß. Verdammt nochmal, machen wir endlich Friedensinitiativen? Versuchen wir, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, statt immer weiter durch Waffenlieferungen zu eskalieren? Darf ich eine Nachfrage stellen, bevor wir in diese Debatte wirklich richtig einstellen? Ganz kurz, das würde mich wirklich interessieren, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt legitime Interessen Russlands, eben auch in Bezug auf die Ukraine. Das, was wir jetzt jeden Tag sehen, also täglich Bombardierung von Zivilisten, täglich Bombardierung von Städten. Absolut gesetzt. Die hunderttausenden Soldaten Russlands, die da reingeschickt werden. Ganz kurz, die Frage war ja noch nicht da. Ist das noch das legitime Verteidigen von Interessen oder das Verteidigen angeblich legitimer Interessen? Oder ist das einfach eine Eroberungswut eines Wladimir Putins? Wie würden Sie das nennen? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Für den gibt es keine Rechtfertigung. Ich habe nicht gesagt, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist. Ich lehne Kriege grundsätzlich ab. Warum hört Putin nicht damit auf? Ich finde, dass man nie einen Grund hat und nie ein Recht hat, dass ein Staat nie das Recht hat, seine Interessen militärisch durchzusetzen. Aber jetzt tobt dieser Krieg. Und jetzt müssen wir, denke ich, und da ist der Wissen in der Pflicht auch, alles dafür tun, ihn zu beenden. Und es gibt ja genügend Anhaltspunkte. Zum Beispiel hat der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett vor kurzem ein Interview gegeben, hat darauf hingewiesen, dass der Krieg im Frühjahr hätte zu Ende sein können, dass es Verhandlungen gegeben hat, weil immer gesagt wird, Putin verhandelt nicht, dass sogar die russische Seite zu erheblichen Zugeständnissen bereit war. Und dass es der Westen, sprich vor allem die USA und Großbritannien waren, die damals den Friedensschluss, der in greifbarer Nähe war, blockiert haben. Das sagt der ehemalige israelische Ministerpräsident. Also Ihre Forderung, so sehnsuchtsvoll ich auch auf Frieden blicke. Und so sehr ich bedauere, dass wir uns hier über Waffen unterhalten. Die Folge des Angriffskrieges ist übrigens, dass überall aufgerüstet wird. Es werden Kanonen gebaut und keine Brunnen. Aber Ihre Analyse geht an der Realität vorbei. Der Putin ist nicht friedensfähig. Sein Motiv ist ja Aggression. Er hat 20 Jahre regiert. Was hatte er eigentlich für ein Konzept für sein Land? Wohin wollte er es führen? Er hat jetzt in den letzten Jahren die Demokratie erstickt. Und er hat aggressiv gehandelt. Im Donbass, in Georgien. Und seine Aggressivität ist ideologisch begründet. Er sagt, ich kämpfe gegen den gottlosen Westen. Ich habe ein anderes Konzept. Ich brauche Großrussland. Ukraine gehört zu uns. Also er hat eine Ideologie. Er bezieht sich auf die Eroberungskriege von Peter dem Großen. Er ist in einem Denkmuster, das ihn friedensunfähig macht. Er hat nichts anderes als den Krieg. Er hat sein Land ausplündern lassen von den Oligarchen. Und er hat nichts gemacht, um Russland zu stabilisieren. Die Tatsache, dass die Russen jetzt praktisch ökonomisch absacken. Es sind nicht nur die Sanktionen. Sie sind auf dem ökonomischen Niveau von Portugal. Also der Mann hat eine Aggressivität. Das ist das Lebensziel. Er will den Westen auseinanderbringen. Er kämpft gegen unsere Lebenswirte. Er hat die UNO-Charta verletzt als Mitglied des Sicherheitsrates. Aber da war er nicht der Erste. Im UNO-Charta steht in Artikel 1, wir wollen die Geißel des Krieges bekämpfen. Mit Frieden und mit Menschenrichten. Und das hat er mit den Füßen gedreht. Er hat jeden Vertrag gebrochen. Alle Verträge gebrochen. Er hat die Charta 90 gebrochen mit dem KSZE-Prozess. Wie halten Sie diesen Mann für friedensfähig? Können Sie denn auf eine Frage stellen, müssen Sie auf die Antwort warten. Ich habe keine Sympathie für Putin, um das mal sehr deutlich zu sagen. Ich habe auch keine Sympathie für den russischen Oligarchenkapitalismus. Es liegt mir fern. Ich halte nur die Erzählung, dass in der Ukraine die Freiheit und die Demokratie verteidigt wird. Und dass dort sozusagen Demokratie gegen Autokratie kämpft. Das halte ich für eine falsche Erzählung. Was machen denn die Leute, die ihr Leben opfern? Der russische Oligarchenkapitalismus gegen den ukrainischen Oligarchenkapitalismus. Sie sind beide ein korruptes System. Das ist kein korruptes System. Das ist eine Demokratie, die aufwächst. Warum opfern die Menschen denn ihr Leben? Hören Sie mal, es gibt doch genügend Analysen, auch schon in der Vorkriegszeit. Warum ist die Ukraine nie auch nur Kandidat der EU geworden? Frau Wagenknecht, würden Sie denn sagen, wenn zwei korrupte Oligarchien bekämpfen sich gegenseitig, sollen wir uns als Westen raushalten? Nein, ein Land wurde überfallen. Das andere hat dieses Land überfallen. Dafür gibt es allerdings eine Vorgeschichte. Wir sollten alles dafür tun, diesen Krieg zu beenden. Das ist auch unsere Aufgabe. Dann reden wir jetzt mal. Das tun wir nicht, indem wir immer mehr Waffen liefern. Und weil sie jetzt noch mal gesagt hat, nicht friedensfähig. Also selbst die Rand Corporation, die ja nun am Pentagon relativ nah dran ist, bestimmt nicht aus Traumtänzern und auch nicht aus Pazifisten besteht. Die Rand Corporation hat jetzt die beiden Administrationen aufgefordert, endlich davon abzurücken, auf einen langen Abnutzungskrieg zu setzen mit immer mehr Waffenlieferungen, hat gesagt, es muss jetzt auf Verhandlungen gesetzt werden. Gut, dann bleiben wir bei dem Argument in Fragen. Selbst die Rand Corporation sagt, wir müssen jetzt verhandeln, weil die Eskalationsgefahren so groß sind. Frau Wagen, wir sind nicht die Rand Corporation, wir diskutieren hier untereinander. Nein, ich bin auch sonst eigentlich kein Fan der Rand Corporation. Aber Sie können doch nicht so tun, als seien das völlig absurde Argumente. Hier tobt ein Krieg. Wir liefern immer mehr Waffen. Unter welchen Bedingungen wollen Sie denn Frieden schließen? Unter welchen Bedingungen? Ja, natürlich muss es ein Kompromissreden sein. Was wollen Sie den Ukrainern eigentlich zumuten? Ja, was ist das, eine Zumutung, einen Krieg über Jahre zu führen? Das ist doch eine Zumutung. Jeden Tag sterben hunderte Menschen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ja, wie will Herr Putin eigentlich vor seinem Volk rechtfertigen, dass er 100.000 Leute geopfert hat? Wie will er das denn darstellen? Was ist denn sein Kriegsziel? Es geht doch vom Vatikan. Sein Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine. Das ist Ihre These. Das sind die Nazis. Und er beschuldigt uns. Das empört mich zutiefst, dass wir diese angeblichen Nazis in der Ukraine auch noch unterstützen. Es gab im Frühjahr einen relativ ausgehandelten Friedensschluss. Da hat Foreign Affairs, die amerikanische Zweitschrift, darüber berichtet. Diese Friedensinitiative im Frühjahr war, die Russen waren bereit, sich zurückzuziehen hinter die Linien des 24. Februar. Also hinter den Anfang. Und jetzt? Und dafür hätte die Ukraine darauf verzichtet, NATO-Mitglied zu werden. Das war damals so gut wie ausgehandelt. Und auch der türkische Außenminister... So, einen ganz kurzen Punkt mache ich jetzt da drinnen. Was haben Sie eigentlich gegen die NATO? Ganz kurz, eins mit dem anderen verquicken. Ich gehe doch nicht darum, was ich gegen die NATO habe. Ich möchte diesen Krieg beenden. Ich möchte nicht, dass wir gegen den Markt Menschen sterben. Nicht nur Sie. Ich möchte gerne ganz kurz, wenn Sie mir erlauben, das eine und das andere sortieren. Weil es gibt zwei Punkte, über die wir reden wollen. Das eine ist der Friedensschluss, das andere werden die Waffen sein. Dann bleiben wir bei dem Friedensschluss, Frau Wagenknecht. Also erst einmal, das, was Sie erwähnen, darüber gibt es so viele Berichte. Und so viele unterschiedliche Interpretationen. Gerne listen wir das mal in einem Faktencheck auf. Aber es gab noch keine Vereinbarung. Das muss man festhalten. Und es ist danach bekannt geworden, die Massaker in Butscher. Für die ukrainische Seite möglicherweise ein Grund, weshalb dann auf der Linie damals im März 2022 nicht weitergegangen wird. Aber noch entscheidender, und das würde ich Sie gerne fragen. Es gibt eine Umfrage, wenn man sich mal anschaut, was die Ukrainer wollen. Und das wäre ja vielleicht dann doch für eine demokratische Politikerin etwas, worüber man reden muss. In der Ukraine, die ist gerade jetzt eine Woche alt oder ein paar Tage, 88 Prozent würden einen Waffenstillstand nur dann akzeptieren, wenn es einen kompletten Rückzug gibt der Russen aus der Ukraine. 95 Prozent würden weiterkämpfen, selbst wenn es dauerhafte Bombardierungen gibt. Und 89 Prozent, also fast 90 Prozent, sagen, wir würden sogar weiterkämpfen, wenn es einen Nuklearschlag gibt. Haben Sie denn keinen Respekt vor diesen Leuten, die ihr Leben opfern wollen? Jetzt stellt er darum die Frage, dass selbst nach ukrainischen Angaben etwa 12.000 junge Männer an der Grenze festgehalten und dann natürlich entsprechend auch inhaftiert wurden. Die wollten fliehen. Die wollten nicht ihr Leben begeistert in der Front opfern. Also das ist durchaus differenzierter. Ob die Umfrage in einem Staat, im Kriegszustand so adäquat ist, würde ich mich auch fragen. Ich meine, der Ukraine aktuell, es sind alle, die ganze Presse ist unter Zensur. Die alternativen und oppositionellen Fernsehsender sind verboten. Die alternativen Parteien sind verboten. Also ob in so einer Situation jetzt wirklich eine authentische Umfrage zustande kommt, und ich weiß es nicht. Aber ich finde, wir müssen doch auch unsere Interessen definieren. Nein, wir sind gerade bei der Ukraine. Sie haben gerade geredet über das, was die Ukraine eben auch an Verlusten hat. Ich halte das für spekulativ, was die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen. Aber ich finde, soll die Ukraine kapitulieren? Wie war an diesem Moment? Verhandeln ist doch nicht kapitulieren. Verhandeln heißt, man setzt sich zusammen und sucht Kompromisse und findet hoffentlich. So, jetzt Herr Baum. Und das war im Frühjahr schon relativ weit geblieben. Konnten Sie mit den Nazis verhandeln? Herr Baum, jetzt bitte an Sie. Da kommen Sie immer mit Ihren Nazi-Vergleichen. Weil der Holocaust ist eine singuläre historische... Wir reden nicht über den Nazis, über den Holocaust. Doch, Sie haben über die Nazis verredet. Ich rede über Churchill. Kriegst Sie heute ganz schlecht auseinander? Herr Baum, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Die meisten Kriege sind am Verhandlungstisch beendet worden. Sogar in Afghanistan haben die... Aber auch mit, Gott sei Dank, mit Niederlagen. Die Nazis hatten eine große Niederlage, Gott sei Dank. Herr Baum, darf ich Ihnen eine Frage dazu stellen? Ja. Danke. Wenn man sich diese Worte anhört, und es gibt ja tatsächlich eine Bewegung, es gab Verhandlungen hinter den Kulissen, Butcher ist passiert, es wurde sich zurückgezogen. Es gibt aber auch die Sichtweise, dass die USA und die Briten vor allem kein Interesse daran hatten, dass eben ein früher Friedensschluss kommt. Wie könnte denn eine internationale Initiative aussehen, Ihrer Meinung nach? Die heißt, wir möchten sehr schnell diesen Krieg beenden, damit nicht noch sehr viel mehr Menschen sterben. Hat die im Moment eine Chance? Ich frage mich immer wieder, wie kann eine internationale Initiative sich auf Putin verlassen? Und er entscheidet. Er entscheidet. Ich meine, ich habe Furcht vor einer Situation, dass wir die russische Aggressivität wieder unterschätzen, wie wir das schon einmal gemacht haben. Und ich habe keine Angst vor irgendwelchen Drohungen von Putin. Also diese Drohungen mit den Atomwaffen halte ich für nicht gegeben. Die ganze Welt, die anderen Staaten, die neutralen Staaten und alle, haben gesagt, mach das nicht, du isolierst dich. So stark ist der Mann nicht. Und wir müssen mal wirklich auf Russland gucken. Was passiert eigentlich im Inneren Russlands? Das ist doch nicht Putin. Es gibt auch eine Zeit nach Putin. Wird er zugeben, dass er seine Kriegsziele nicht erreicht hat? Das Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine. Sehr, alles sehr komplex. Und alles sehr, sehr, sehr... Warum hat er damals angeboten, sich zurückzuziehen, wenn es wirklich darum ginge, die Ukraine zu vernichten? Das ist doch nicht ganz sicher, ob er das getan hat. Aber es ist doch wirklich unlogisch, was ich sagen. Die Ukraine muss vernichtet werden. Ich will doch auch nicht, dass man irgendwie Putin vertraut. Aber wenn der Westen gar kein Angebot macht, man könnte ja sogar ein Kompromissangebot machen... Der Westen, in erster Linie muss die Ukraine ein Angebot machen. Nein, der Westen ist jetzt inzwischen so stark involviert in diesen Krieg, dass wir auch eine Verantwortung haben. Welches Angebot machen Sie dann? Ja, das Angebot Neutralität und ein Einfrieren zunächst mal der Frontlinie, weil dann danach verhandeln über das Schicksal des Donbass und über das Schicksal der Krim. Ich meine, wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg? Deutschland hat massiv verloren. Also das Beispiel will ich nur noch mal nennen. Deutschland hat diesen Krieg verloren. Trotzdem gab es zehn Jahre nach Kriegsende im Saarland eine Volksabstimmung. Und da haben die Leute sich entschieden und konnten sich frei entscheiden für Deutschland. Natürlich wäre das ein Modell auch für den Donbass, eine international beaufsichtigte Abstimmung. Und die Krim? Was machen Sie mit der Krim? Stopp, stopp. Eins nach dem anderen. Bevor Sie jetzt wieder von Donbass zur Nazizeit kommen, bleiben wir beim Donbass. Ist das ein Vorschlag, von dem Sie glauben, der hätte Aussicht davon folgt? Also ich kann die Ukraine verstehen. Wie kommen eigentlich die Russen dazu, mit Söldnern, bezahlten, korrupten Leuten, den Donbass zu regieren und auch zu zerstören in einem Krieg? Wie kommen Sie dazu, einem souveränen Staat der Ukraine zu verordnen, dass das neutral sein muss? Also wollen Sie im Ernst, wollen Sie im Ernst, damit die Ukraine NATO-Mitglied werden kann, in Kauf nehmen und auch verantworten, dass dort jeden Tag hunderte Menschen sterben? Was ist denn so schlimm an der NATO? Das ist ein bündnisfreier Völker. Wenn Sie das gut oder schlecht finden, es geht darum, was ist ein Weg, diesen Krieg zu beenden. Und wenn das ein Weg wäre, Hunderttausende Menschenleben zu retten, dieses Land wieder aufzubauen, ich meine, da ist ja irgendwann nichts mehr übrig. Glauben Sie denn, der Putin lässt sich darauf ein? Vor allem auch ein Weg wäre, die Gefahren für uns, das sage ich auch ganz offen, natürlich ist eine Gefahr, dass der Krieg groß ist. Der UN-Generalsekretär, der ist ja nun auch nicht jemand, der irgendwie Putin-Propaganda verbreitet, der hat gesagt, die Welt ist zurzeit in Gefahr, mit offenen Augen in einen großen Krieg hineinzugehen. Natürlich besteht die Gefahr. Und die Gefahr besteht doch nicht nur, weil Putin droht. Aber das ist das zweite Argument. Wir wechseln jetzt mal die Seiten. Sie haben erst gesagt, wir müssen gucken, dass dieser Krieg aufhört, Waffenstillstand. Jetzt sagen Sie, es ist eine Gefahr für uns. Wir nehmen das Argument auf. Ich unterfütter das mit dem, was der Bundespräsident hat. Ich unterfütter das mit etwas, was Präsident Putin gesagt hat. Und er hat es getan anlässlich der Schlacht von Stalingrad, also gerade eben jetzt Anfang Februar. Er hat auf die Ankündigung Deutschlands reagiert, deutsche Kampfpatser in die Ukraine zu tun. Und er hat es eben mit einer historischen Parallele getan. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich, aber eine Tatsache. Erneut bedroht man uns mit deutschen Leopardpanzern, auf denen Kreuze prangen. Und wieder will man auf ukrainischem Boden gegen Russland kämpfen, mithilfe der Hitler-Nachfolger in der Ukraine. Eine Unverschämtheit. Ich als Deutscher habe hier eine... Wir alle haben darauf... Wir haben mitgewirkt, hier eine geglückte Demokratie aufzubauen. Und er beschuldigt uns, Nazis zu unterstützen. Also das ist wirklich unglaublich. In Russland gibt es Staling-Denkmäler wieder. Bei uns gibt es kein Hitler-Denkmal. Wir haben unsere Vergangenheit verarbeitet. Und der Mann wirft uns vor, uns allen. Wir würden in den Spuren der Nazis wieder gegen Russland drehen. Und das glaubt ein Teil der Russen. Würden Sie das bitte kommentieren, Frau Walntes? Weil es historische Traumata erregt, dass ausgerechnet deutsche Panzer dort im Einsatz sind. Und ich muss sagen, ich finde auch die ganze Debatte im Vorfeld dieser Panzerentscheidung, die war schon sehr seltsam. Also am Anfang wurde unheimlicher Druck aufgebaut. Wir hatten das ja vorhin angesprochen. Die Polen haben gesagt, wir wollen unbedingt liefern. Und alle möglichen anderen wollten unbedingt Panzer liefern. Und es wurde Deutschland unter Druck gesetzt. Dann haben auch die Amerikaner gesagt, ja, wir liefern auch. Und dann hat Scholz gesagt, okay, wir liefern. So, und jetzt guckt man sich mal die Gemengelage an. Effektiv ist es so, dass kurzfristig nur die Deutschen liefern. So sieht es zurzeit aus. Ausgerechnet und nur die Deutschen. Die amerikanischen Panzer kommen frühestens Ende des Jahres, vielleicht erst im nächsten Jahr. Die Polen sind auf einmal ganz ruhig, die Spanier ganz ruhig, die Österreicher und die Griechenen haben gesagt, wir liefern garantiert gar nicht. Frankreich hat sich auch nicht festgelegt. Und gerade Deutschland ist jetzt quasi Vorreiter. Und heißt was? Wir liefern Panzer, die auf russische Soldaten schießen sollen. Und ich finde das angesichts der Historie. Wenn es den Ukrainern hilft. Ja, aber es hilft ihnen doch nicht. Wir beenden den Krieg doch dadurch nicht. Wir beschleunigen auch nicht ein Ende des Krieges. Eben weil die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Woher wissen Sie das eigentlich? Also weil ich führenden Militärs glaube. Ich spiele mich nicht auf als Möchtegern-Militär. Das ist zwar in Deutschland üblich geworden, dass Leute, die noch nie einen Panzer von innen gesehen haben, ganz genau wissen, wie die Ukraine jetzt diesen Krieg gewinnt. Ich behaupte nicht von mir, dass ich da ahnen habe. Aber ich höre zu, was Militärs sagen. Und wenn der führende General der USA sagt, keine Seite kann gewinnen. Wenn in Deutschland Herr Kujat sagt, Herr Wart, zwei ehemalige Generäle sagen, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Wir müssen verhandeln. Wenn die Rand Corporation sagt, keine Seite kann gewinnen, wir müssen verhandeln. Haben Sie nichts zur Kenntnis genommen? Das ist jetzt wieder das andere Argument. Das ist nicht ein wichtiges Argument, dass die Militärs warnen vor der Eskalation. Andere nicht. Andere nicht, aber vielleicht haben die weniger Ahnung von militärischen Dingen. Wir wollten gerne auf die Frage eingehen und das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Werden wir zur Kriegspartei? Wenn wir jetzt zum Beispiel nach den Kampfpanzern auch Kriegjets... Nein, wir unterstützen ein Land, das ist ja eben gesagt worden. Wir unterstützen ein Land, das überfallen worden ist. Werden wir in diesen Krieg hineingezogen? Frau Wagenknecht hat gesagt, eigentlich will die Ukraine die NATO hineinziehen. Den werden wir in diesen Krieg hineingezogen. Das wird die NATO nicht tun. Das wird die NATO nicht tun. Und außerdem, was soll... Im Grunde geht es doch jetzt darum zu fragen, gibt es eine solide Basis für einen Frieden? Und wenn Sie die Ukrainer sehen, um die geht es ja wirklich. Die kämpfen um den Erhalt ihres Staates und um den Erhalt der Demokratie. Das ist keine korrupte Gesellschaft. Ich war oft genug da. Und jetzt ist eine Demokratie aufgebaut worden. Haben Sie schon mal da, Frau Wagenknecht? Von unten. Nein, aber ich weiß genau, was zum Beispiel der Europäische Rechnungshof gesagt hat. Frau Wagenknecht, wir wollen... Was die UN gesagt hat. Der Europäische Rechnungshof sagt zu vieles. Nicht über viele Staaten. Also man kann das natürlich alles abwerten. Aber ehrlich gesagt, die Korruption in der Ukraine zu leugnen, finde ich jetzt wirklich auch angesichts der aktuellen Ereignisse. Also Sie halten die Ukraine nicht für einen demokratischen Staat. Glauben Sie, der Putin würde akzeptieren an seiner Grenze eine neue Demokratie, Ukraine, die wirtschaftlich mit unserer Hilfe aufblüht? Das fürchtet er. Er fürchtet die Freiheit. Wenn dieser Krieg noch ein, zwei Jahre weitergeht, blüht er gar nichts mehr. Er fürchtet sein eigenes Volk. Das ist doch das Problem. Er blüht doch nichts mehr. Da wird doch alles kaputt gemacht. Ich meine, wir planen jetzt auch schon dieses nächste Jahr die Waffenlieferung. Weil wir da noch gerade stehen geblieben sind. Ja. Wir reden jetzt über Kampfjets. Das heißt, die Briten bilden die Piloten aus. Herr Selenski hat gesagt, wir brauchen die Flügel für die Freiheit. Ich habe keine Ahnung, ob wir das brauchen. Ich wollte nur wissen, ob es für Sie sozusagen in der Unterstützung der Ukraine eine Linie gibt, wo Sie sagen, das können wir nicht tun. Denn dann sind wir tatsächlich, und Sie haben ja gesagt, die NATO soll nicht Teil des Krieges werden. Dann sind wir Kriegspartei. Wo ist Ihre Linie? Also ich bin kein Militär. Ich weiß nicht, in welcher Weise Kampfjets da wirken. Ich habe gewisse Zweifel. Würden Sie entscheiden. Und andere haben Sie hier geäußert. Aber ich kann das nicht entscheiden. Ich möchte, dass wir nach besten Kräften die Ukraine unterstützen. Politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Und das ist auch ein Stück Freiheitsverteidigung. Wo soll das enden? Denn der Putin hat die ganze Welt in Brand gesetzt. Gucken Sie sich mal an, was passiert. Er hat die Nachkriegsordnung ins Wanken gebracht. Er hat das Völkerrecht ins Wanken gebracht. Er sitzt im Sicherheitsrat und droht uns, die wir die Charta der Vereinten Nationen verteidigen, mit Atomwaffen. Ich meine, das Völkerrecht ist leider von vielen Mitgliedern getreten worden. Er hält sich nicht an humanitäre Abkommen. Also das ist eben leider ein Argument, was man heute kaum noch bringen kann. Er ist ein Kriegsverbrecher nach dem internationalen Recht. Jemand, der einen Angriffskrieg befiehlt, ist ein Kriegsverbrecher. Aber da sitzen dann auch die amerikanischen Präsidenten. Nein, nicht der Angriffskrieg. Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen. Ja, die meisten Kriege sind immer auch gegen die Zivilbevölkerung. Ich meine, was war denn im Irak, was war in Jugoslawien, in Libyen, in Afghanistan? Kriege sind immer gegen die. Ja, alle Kriege sind ein Verbrechen. Aber gerade wenn man sagt, ein Krieg ist ein Verbrechen und die Zivilbevölkerung leidet furchtbar, dann muss man doch alles dafür tun, diesen Krieg jetzt zu beenden. Und wir beenden den nicht mit immer mehr Waffen. Warum gab es denn mal die deutsche Staatsdoktrin, in Kriegsgebiete keine Waffen zu liefern? Aus der Erkenntnis heraus, dass man Kriege damit nicht beendet, sondern verlängert. Das war klug damals. Sie machen jetzt riesige Fehler, wenn wir diesen Weg weitergehen. Das Argument auf, beenden wir diesen Krieg mit mehr Waffen, das ist ja ein Argument, über das man reden kann. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die UNO keine pazifistische Vereinigung ist, die nur Resolutionen verabschiedet? Die UNO hat etwa 40, 50 robuste Einsätze mit Waffengewalt, die Menschenrechte zu schützen. Ja, das ist ein UNO-Doktrin. Ja, aber wir sind nicht wehrlos als Demokratien. Wir reden hier über einen Krieg, der auf jeden Fall nicht mit der UNO jetzt beendet werden kann, sondern nur durch Verhandlungen beendet werden kann. Auch unter Oberaufsicht der UNO sehr, sehr gern. Ich meine, die UNO versucht ja da auch eine Rolle zu spielen. Aber dafür muss man bereit sein zu Kompromissen und zu einem Kompromissfrieden, wenn man das nicht ist, wenn man überhaupt kein Ziel definiert. Das Ziel ist Frieden. Frieden und Freiheit. Ja, aber das Ziel ist Frieden und Sie liefern Waffen. Also ich meine, das ist doch nicht besonders rational. Wenn die Einschätzung stimmt, das ist militärisch. Ich greife jetzt nochmal auf, was Frau Wagenknecht vorher gesagt hat. Glauben Sie, es gäbe einen Frieden, wenn man jetzt einfriert, den Stand der Front mal angenommen, das würde gelingen, angenommen, Putin wäre zu Verhandlungen bereit, angenommen, die Waffen würden sofort schweigen. Glauben Sie, es gäbe einen Frieden auf Basis dessen, was da jetzt... Ich weiß es nicht. Also es deutet ja einiges darauf hin, dass der Krieg einfriert, nicht? Dass ein Abnutzungseffekt stattfindet. Ich weiß es nicht. Bitte gucken Sie nochmal auf Russland. In Russland gibt es wichtige Stimmen, auch im U-Kreis von Putin, die sagen, was haben wir eigentlich von dem Krieg? Was haben wir davon? Was passiert da eigentlich? Ein Mann, der sich verirrt in eine Ideologie, zieht uns in den Niedergang, auch unseres eigenen Staates. Und die Chinesen stehen ja dabei, die unterstützen ja nicht. Die hätten ja längst Waffen liefern können. Die Welt guckt sehr skeptisch auf Putin. Sie fühlt sich gestört. Die Werteordnung ist in Unordnung. Es ist etwas differenzierter, wenn man sich... Andere Länder wünschen sich Friedensinitiativen. Der brasilianische Präsident Lula hat versucht, stolz zu überzeugen, dass man jetzt auf Verhandlungen setzen muss. Heute Abend spricht Scholz mit Macron und Zelensky. Wir werden gucken. Was ist jetzt die besondere Auffälligkeit, von der ich gesprochen habe? Auffällig ist, dass Sarah Wagenknecht sehr gut argumentiert. Es ist bemerkenswert, wie schlagfertig sie ist, wie sie immer kontern kann. Wie sie sich nicht unterbrechen lässt, wie sie Gerhard Baum argumentativ den Wind aus den Segeln nimmt. Es fehlen aber ganz wichtige Argumente aus meiner Sicht. Wer RT verfolgt, dem fällt auf, dass eigentlich täglich im Live-Ticker, dass täglich Meldungen kommen, wie Ukrainer Zivilisten angreifen gezielt. Zuletzt war es ein Krankenhaus, das von Heimars-Raketen angegriffen wurde. Jeden Tag kommen Meldungen, wo die ukrainische Armee gezielt Zivilisten angreift. Das ist nicht erst seit 2022 so, das ist schon seit 2014 so. Diese Angriffe seitens der Ukraine und auch das offene Bekenntnis, wir erinnern uns an Borischenko, deren Kinder werden in Bunkern leben. Diese Verbrechen finden in den deutschen Medien nicht statt, eigentlich in den gesamten westlichen Medien. Die westlichen Medien bilden hier seit 2014 einen Informationskartell, mehr oder weniger. Seit 2022 vollständig die großen Medien. Und eigentlich auch schon seit 2019 hört man nichts mehr. Also mir ist nichts bekannt. Es gab von Euronews einen Bericht über einen Ferienlager in der Ukraine. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Aber sonst ist mir nichts Kietisches bekannt. Ihr könnt mich eines Besseren belehren. Vor allem ist nichts bekannt über die schlimmen Kriegsverbrechen seitens der ukrainischen Regierung, der seitens der ukrainischen Armee, die aber ja von der ukrainischen Regierung gesteuert wird. Es stellt sich jetzt die Frage, warum bringt Sarah Warenknecht diese Argumente nicht? Jetzt wird der Einwand kommen, okay, es ist das Problem, es berichten ja durch die russischen Medien. Das ist dann Propaganda, russische Propaganda. Wir können es nicht beweisen. Sarah Warenknecht, wenn sie jetzt sagt, okay, ja, die nach russischen Meldungen, dann würden die Leute eh sagen, es ist Propaganda. Deswegen sagt sie lieber nichts, weil dann würde sie sofort niedergemacht werden. Sie könnte aber anders vorgehen. Sie könnte sagen, nach russischen Meldungen gibt es beständig diese Verbrechen. Warum wird das von den westlichen Medien nicht überprüft? Warum sind dort keine westlichen Journalisten? Warum wird darüber nicht berichtet? Warum wird seit 2014 nicht berichtet? Wenn es so viele Meldungen gibt, die auch gut dokumentiert sind, dann müssten noch die westlichen Journalisten hingehen und müssten das aufklären. Und vor allem, wenn es nicht stattfinden würde, erstens müsste es abgestellt werden, wenn es stimmt. Und wenn es nicht stimmen würde, dann könnte man es ja auch einfach aufklären. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass westliche Journalisten da nicht berichten. Und zwar auch schon seit 2014 nicht berichten. Sie könnte auch anprangern, dass bei allen Parteien, auch bei der AfD, sie verhindert haben, dass Leute dahin reisen in Donbass, um zum Beispiel die Referenten zu beobachten. Es ist ja auffällig, dass Gerhard Baum ganz stark damit argumentiert, was aus meiner Sicht satanisch ist, wie er das macht. Das ist wirklich extrem schlimm. Und es zeigt vor allem auch auf, dass es auch alte Politiker sind. Also Gerhard Baum ist ja eine frühere Politikergeneration. Leuten, bei denen wir es früher nicht gedacht haben, also jedenfalls ich nicht, von der CDU und von der FDP nicht, dass sie so sind, dass sie so lügen. Das heißt, dieser Mann hat Erfahrung, der ist schon lange in der Politik, er lügt hier so dreist. Weil er wird es ja genau wissen. Und vor allem wird er genau wissen, dass diese Meldungen aus Russland, dass die Medien ein Kartell bilden, dass es nicht aufgegriffen wird. Er hat da die vollkommene Übung. Er weiß es ganz genau und das sagt das, es sagt natürlich aus, dass es früher immer so war, dass die Medien immer ein Informationskartell gebildet haben, dass wir es nur nicht gemerkt haben. Und im letzten Video habe ich ja angesprochen, die Mondlandung und 9-11. Viele haben es nicht geglaubt. Es gab tatsächlich viele Kommentare, die gesagt haben, ich gebe dir mit allem recht, aber 9-11 und die Mondlandung, das ist wirklich Quatsch, da liegt es voll daneben. Aus meiner Sicht ist es wichtig, bei diesen Argumenten, bei diesen Verschwörungstheorien und die als solche gebrandmarkt werden. Man nimmt ein zentrales Argument, bei beiden Fällen. Das Problem ist oft, man sagt, es gibt so viel, es gibt so viel, es gibt das und das und das und das. Aber wenn man diese Argumente aufzählt, dann wirkt es so, als würde man, weil man ein Argument nicht belegen kann, würde man gleich zum nächsten gehen und zum nächsten. Und jetzt gebe ich mal hier kurz ein Stichwort. Bei der Mondlandung ist es die Landung auf den Mond und zwar mit dem Triebwerk nach unten. Beim Eintritt in das Schwerkraftfeld des Mondes muss erst das Triebwerk gegensteuern, muss diese Mondkapsel abbremsen und dann muss die Mondkapsel auf dem Triebwerk landen und dann auch wieder starten später. Elon Musk hat eine Firma SpaceX und sie haben das probiert hinzukriegen, dass man auf dem Triebwerk landet. Und sie haben es nach etlichen Fehlversuchen, haben sie es glaube ich 2015 das erste Mal geschafft. Nach etlichen Fehlversuchen und sie haben es auf glattem Beton geschafft. Dummerweise sind die Pläne aus den 60ern verloren gegangen, aber in den 60ern, da gab es noch keine moderne Regelungstechnik und keinen modernen Computer. Und vor allem müsste Triebwerkstrahl den Sand wegblasen. Das ist aber auf den Fotos nicht erkennbar. Bei 9-11 ist es die Aufnahme von dem einstürzenden WTC7, das erst im freien Fall einstürzt. Es aber faktisch so ist, dass es 81 Stahlsäulen sind. Oder 71, ich glaube 81. Und diese Stahlsäulen, die müssen alle gleichzeitig nachgeben, dass das Gebäude im freien Fall einstürzen kann. Das ist mit Feuer nicht möglich, weil Feuer peitet sich punktuell aus. Das heißt, wenn überhaupt Stahlsäulen nachgeben, was noch nicht beobachtet würde, dann müssten sie nacheinander nachgeben. Aber dann würden nicht alle auf einmal gleichzeitig nachgeben. Von irgendwelchen Zeugenaussagen von Feuerwehrleuten, die existieren und dass das ganze Material gab es schnell weg, geschafft wurde, wollen wir gar nicht reden. Aber das sind meiner Meinung nach zwei Argumente, mit denen man das darstellen kann. Das nur dazu, dass die Medien immer ein Kartell gebildet haben. Und jetzt kam jetzt auch der Einwand, warum soll man diese Argumente bringen mit dem Rund? Man soll es doch besser lassen. Es ist doch besser, man spricht es nicht an, da macht man sich nur angreifbar und das lenkt eigentlich vom Wichtigen ab. Aber das Entscheidende ist, wenn man das beleuchtet, dann wird klar, dass die Medien ein Kartell bilden, schon immer. Und dass die ganzen Politiker darin geübt sind. Und so hier auch Gerhard Baum. Er geht fest davon aus, dass Sarah Wagenknecht das auch einhält. Dass sie nicht erzählt, was in den russischen Medien berichtet wird. Dass sie dieses Kartell durchbricht. Weil was würde wahrscheinlich passieren, wenn sie das machen würde? Sie würde nicht mehr eingeladen. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist eine reine Vermutung, Sarah Wagenknecht versucht ihr den Spagat. Sie möchte die Öffentlichkeit erreichen und sie weiß, sie muss sich an bestimmte Regeln halten. Das heißt, sie muss sich an das Informationskartell halten. Wenn sie dagegen verstößt, dann ist sie raus. Dann kriegt sie keinen öffentlichen Auftritt mehr. Und das weiß Gerhard Baum. Und deswegen kann er hier so plärrend gegen Russland und hier irgendwelche Märchen erzählen, weil er weiß, diese ganzen Meldungen, es wird nicht aufgegriffen. Oder wenn Sarah Wagenknecht das machen würde, sie würde nicht mehr eingeladen werden. Es ist reine Spekulation. Also es fällt auf, dass die AfD auch diese Meldung nicht aufgreift. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie sich nicht trauen, das nicht zu argumentieren trauen. Wie gesagt, aus meiner Sicht, der Weg zu argumentieren ist der, dass man nicht sagt, es ist eins zu eins so, sondern dass man sagt, es existieren hier die Meldungen, warum wird das nicht überprüft? Warum gehen unsere Journalisten nicht hin? Damit macht man sich nicht angreifbar, weil man fordert ja eine Überprüfung der Situation. Überhaupt, dass die Journalisten von dort berichten. Man richtet, man denkt die Aufmerksamkeit dahin. Weil das verschwindet aus dem Radar bei den Leuten, was da los sein könnte. Bei der AfD ist es nun so, sie wird sowieso nicht eingeladen. Oder so gut wie nie. Sie hat aber ansonsten auch Reichweite. Auf der Straße, auf Veranstaltungen, im Bundestag. Aus meiner Sicht, sie könnte sehr wohl das benennen und sie müsste es benennen. Das wäre ganz wichtig. Aber wahrscheinlich viele haben Angst, ich kann es mir nicht erklären. Oder wahrscheinlich wird auch versucht, Einfluss zu nehmen. Dass irgendwelche scheinbar gut meintenden Berater ankommen und sagen, nee, nee, da darfst du nicht drüber reden. Das ist jetzt zu krass. Da machen wir uns angreifbar. Das können wir nicht argumentieren. Aus meiner Sicht, das ist ganz einfach argumentierbar. Man legt den Fakt, dass berichtet wird, auf den Tisch. Man legt die russischen Meldungen als solche auf den Tisch. Man sagt noch nicht, dass sie wahr sind. Man sagt, es wird überprüft. Damit macht man sich nicht angreifbar. Man beleuchtet vielmehr das eigene Verhalten. Warum gehen unsere Journalisten nicht hin? Man zeigt mit dem Finger auf die eigenen Journalisten und lenkt die Aufmerksamkeit auf die uns reichende Medienberichterstattung. Und im Grunde, jetzt komme ich wieder zur Mondlandung und zu meinen Leffen. Hier kann man auch anprangern. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, das anzusprechen. Wie gesagt, mit den Leuten klarzumachen, es gab schon immer ein Kartell. Weil erst dadurch, wenn man versteht, dass es immer ein Kartell gibt, auch bei den normalen Leuten, zu denen man übrigens plötzlich einen ganz anderen Zugang hat. Weil die Mondlandung ist ein ganz unpolitisches Thema. Leute, die sich nicht für Politik interessieren, die kann man damit gewinnen und ihnen zeigen, guck mal hier, die Mondlandung. Die hat nicht stattgefunden. Das heißt, die Medien bilden ein Kartell. Das ist vollkommen unvoreingenommen von irgendwelchen politischen Ansichten. Kann man so die Leute erreichen. Jedenfalls kann man bei 9-11 hingehen und sagen, es gab 2004 diesen offiziellen Untersuchungsbericht. In dem Untersuchungsbericht wurde 2004 der Einsturz vom WTC7 gar nicht erklärt. Es kam WTC7 vor, aber es wurde nicht erklärt, wie das Gebäude eingestürzt ist. Das wurde dann 2007 nachgereicht mit der Geschichte mit dem Feuer. Wir erinnern uns, es ist eine ganz schwerwiegende Entscheidung auf Basis dieser Information gefallen. Wir haben unsere Soldaten nach Afghanistan geschickt, haben Milliarden investiert und Menschenleben riskiert. Aufgrund dieses Berichts oder in der Vermutung, dass dieser Bericht stimmt. Das heißt, hier kann man erwarten, dass wirklich jedes Detail geklärt wird. Wenn wir hier ein 200 Meter hohes Gebäude haben, wo kein Flugzeug reinstürzt und es einstürzt und es wird nicht erklärt, wie das geschehen ist. Auf meiner Sicht, das ist selbsterklärend. Allein hier das Verhalten ist selbsterklärend. Und bei der Mondlandung ist es so, dass es immer auch diese Faktenchecker gibt, die erklären, ja, das ist hier diese Verschwörungstheoretiker. Sie sagen, auf den Fotos sind keine Sterne zu sehen. Deswegen ist es gefälscht. Und jetzt kommt die Erklärung, ja, das sind natürlich blöde Verschwörungstheoretiker, weil es ist klar, wegen der Blende beim Fotografieren, es ist logisch, dass man die Sterne sieht. Man müsste die Blende, man müsste die ganz anders einstellen. Dann würde das ganze Bild, wäre weiß, wenn man die Sterne sehen würde. Diese blöden Verschwörer. Auch die zentralen Argumente, wie mit der Landung, mit dem Triebwerk und so weiter, mit dem Sandstrahl und so weiter. Wie kann es sein, dass die Pläne verloren gegangen sind? Und Elon Musk das jetzt erst nach tausenden Fehlversuchungen hinbekommt auf der Erde. Und es soll dann plötzlich auf den Mond klappen, ohne welche Übungen, und dann müssen sie auch noch wieder wegfliegen. Und zwar ohne großen Hilfsausbau, dann müssen sie ihr Raumschiff finden, ohne Computertechnologie, ohne Regelungstechnik, Moderne, und müssen dann zurückfliegen. Jetzt werden einige sagen, Sarah Wagenknecht hat diese entscheidende Information nicht gebracht. Weil aus meiner Sicht, auch mit den Schmetterlingsminen über Donetsk, dieser bewusste Beschuss auf Zivilisten, das ist gegen die Zivilisation. Das ist die unterste Schublade, was da passiert. Das ist natürlich so, man kann jetzt sagen, klar, die Russen, da kommen auch Zivilisten um. Aber aus meiner Sicht besteht sehr wohl ein großer Unterschied, ob man zivile Einrichtungen treffen will, oder ob man die Infrastruktur als solche außer Kraft setzen will. Was natürlich einen militärischen Nutzen hat, weil so die Eisenbahn nicht fahren kann und die ganze Logistik nicht richtig funktioniert. Es ist aber so, dass seitens der ukrainischen Regierung versucht wurde, gezielt Zivilisten anzugreifen. Das ist jedenfalls wegen dieser russischen Medien nahe. Und dann ist es die erste Pflicht, das aufzuklären. Das ist zivilisatorisch, wenn man immer von Werten redet, ist das die oberste Pflicht. Vor allem auch mit den Schmetterlingsminen ist unsäglich, da müsste eigentlich ein Riesenaufschrei kommen. Und genau, weil Leute wie Sarah Warenknecht das nicht ansprechen, weil die Leute gehen davon aus, wenn jetzt Sarah Warenknecht in der Talkshow ist, sie bringt alles auf den Tisch. Sie bringt alle Argumente auf den Tisch, das war's. Sarah Warenknecht argumentiert so entschlossen, dass das war's. Das waren alle Argumente. Sie können sich da nicht vorstellen, dass Schmetterlingsminen über Donets abgeschmissen werden. Oder Krankenhäuser beschossen werden. Dass die ukrainische Regierung sowas macht, muss ich immer in diese Leute reinversetzen, in die Logik, wenn sie in diesem Haus gefangen sind und sie diese Informationen nicht haben. Da muss man sich an sich selber erinnern. Und aus meiner Sicht ist es jetzt die Aufgabe von uns, das zu verbreiten. Weil das ganz entscheidend ist, um Leuten wie diesem Gerhard Baum, meiner Meinung nach, das ist wirklich satanisch, was er macht, das ist für mich schiere Bösartigkeit. Das ist mir auch an anderen Städten schon aufgefallen bei ihm. Es ist wirklich ganz schlimm, was er hier macht. Das ist, ja, das, wie gesagt, kostet auch Menschenleben. Er hat damit Klugblut an seinen Händen. Weil aufgrund seiner Ausführung oder seiner Informationspolitik, die er hier betreibt in der Öffentlich-Rechtlichen und auch die Öffentlich-Rechtlichen selbst, dieses ganze Medienkartell, wovon er ein Teil ist, sie sorgen dafür, dass Waffen an die ukrainische Regierung geliefert werden, womit sie solche Verbrechen begehen. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, aus meiner Sicht, dass die Medien ein Kartell sind, das auch schon immer waren. Weil wenn sie das verstehen, dann wird plötzlich das Verhalten der ganzen Sendung klar. Dann wird das Verhalten von Gerhard Baum klar. Dann wird auch das Verhalten von Sarah Warnknecht klar. Dass sie das wahrscheinlich deshalb nicht anspricht, weil sie weiß, dann kriegt sie keine öffentlichen Auftritte mehr. Und dass das der Grund ist. Weil aus meiner Sicht ansonsten hat sie mit dem verfügbaren Material, das sie zur Verfügung hatte, hat sie das wirklich sehr unglaublich stark gemacht. Also auch, sie hat sich nicht unterbrechen lassen, obwohl ja dauernd sie unterbrochen wurde, hat sie sich zurückgekämpft. Und ich erinnere mich genau, in ähnlichen Situationen, AfD-Vertreter haben sich dann unterbuttern lassen, haben wir auch gar nichts mehr gesagt. Und sie hat das aber nicht gemacht, sie hat immer wieder das Wort ergriffen, hat immer weiter gekämpft. Also sie hat hier wirklich, wirklich unglaublich gekämpft. Und ich habe ja schon mal ein kritisches Video gemacht über Sarah Warnknecht. Und da muss ich jetzt sagen, was sie jetzt hier leistet, das ist schon wirklich enorm. Da können wir uns alle bedanken. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut! Macht's gut! Untertitelung des ZDF, 2020